Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass das mit meinem Namen immer so schwierig ist. Ich bitte noch vielmals zum Entschuldigen. Ja, wie spricht man denn richtig aus? Einfach. Storjohann, ganz einfach. Storjohann. Aber Sie sind nicht die Einzige, die das Problem haben. Insofern ist das alles in Ordnung. Also, nächster Redner, Gero Storjohann. Hey, ja, guck an. Also auch. Auch die Präsidentin des Landes. Ich versuche es jetzt mal ein bisschen zaghafter. Kann man bitte noch mal bei acht Minuten einstellen? Weil da kann er noch wirklich nichts dafür, dass ich seinen Namen nicht aussprechen kann. Wenn ich eine Zwischenfrage, dann kriegen wir das auch wieder. So, jetzt sind Sie dran. Ich bin froh, dass wir in der letzten Debatte dieses Jahres noch über Radverkehr sprechen dürfen. Dafür herzlichen Dank an die Grünen. Wir haben den Antrag intensiv auch im Ausschuss beraten. Einige gute Anregungen sind drin gewesen. Einige Dinge, die schon erledigt worden sind. Und viele Dinge, die noch vor uns liegen, aber die nicht unbedingt in der Kompetenz des Bundes liegen. Sie wissen alle, wir haben ein föderales System. Und wenn wir hier kraftvoll beschließen, dass der Radverkehr in den Städten gefälligst anders zu organisieren ist, dann ist das nett. Aber dafür sind die Kommunalpolitiker zuständig, mit Unterstützung der Landespolitiker. Aber dennoch ist es wichtig, dass wir über Radverkehr sprechen. Wir haben eben Dirk Fischer würdig hier abgefeiert. Und mit Dirk Fischer als Arbeitsgruppenvorsitzender verbindet mich natürlich die gemeinsame Grenze unseres Wahlkreises. Und als ich 2005 zuständig wurde für Radverkehr, und ich dann stolz berichtete, wie ich mit meiner Familie durch Deutschland fahre und immer so 50 bis 70 Kilometer mache, da war er nur immer abfällig dabei zu sagen, er fährt 130 am Tag. Und da macht er richtig Speed mit technischer Unterstützung. Aber das weiß ich nicht. Also, Radverkehr ist ein Verkehr, der in den letzten Jahren, ich sage mal seit 2000, wichtig geworden ist und an Bedeutung gewonnen hat und auch politische Bedeutung errungen hat. So, Radverkehr ist sehr vielfältig. Wir haben das Fahrradfahren als Ausgleichssport. In meiner Jugend war Tennis Ausgleichssport. Dann kam das Golfspielen bei den Herrschaften. Die gingen vom Tennis weg zum Golf. Und jetzt wird es immer schwieriger, sich zu organisieren, Partner zu finden. Neuerdings fahren die Rentner, fahren sie Fahrrad. Jeden Tag 30, 40 Kilometer. Und sie fordern auch eine entsprechende Infrastruktur. Fahrradfahren ist wichtig für Pendler. Immer mehr Firmen orientieren sich an den Bedürfnissen der Fahrradfahrer, dass sie Duschmöglichkeiten zur Verfügung stellen und dass sie Abstellmöglichkeiten stellen. Alle kennen wir Felgenkiller. Sie werden alle inzwischen umgerüstet. Fahrradfahren in der Stadt ist inzwischen auch ein Problem. Vor fünf, sechs Jahren war das in Berlin kein Problem, hier vernünftig Fahrrad zu fahren. Inzwischen sind es so viele Fahrradfahrer. Wir kennen alle die Fahrradfahrer, die wenigen, die sich nicht an die Regeln halten. Aber inzwischen, wenn man sich als Fahrradfahrer in Berlin nicht an die Regeln hält, läuft man Gefahr, dass man mit einem Fahrradfahrer zusammenstößt. Und deswegen macht es eigentlich deutlich, dass die Infrastruktur in der Stadt zurzeit nicht für Fahrradfahrer optimal ist. Wir müssen da enorm was tun. Und jetzt ist die Frage, was wir als Bund dort machen können. Erstmal finde ich es wichtig, dass wir über Fahrradverkehr sprechen. In letzter Zeit ist uns das gelungen, durch die Initiative Radschnellwege auf Bundesebene zu fördern. Durch diese Maßnahme sind die Kommunen, die Kreise als auch die Länder gezwungen, eine vernünftige Netzstruktur, Entzuführung auch auf Radschnellwege zu diskutieren und auch auf den Weg zu bringen. Es werden jetzt überall Pläne gemacht, wie man am besten den Fahrradverkehr bündeln kann und wo man auch Radschnellwege auf den Weg bringt. Die Radschnellwege werden wir mit 25 Millionen in diesem Jahr anfördern. Und zwar neu ist, dass dort auch dann die... Ja, Entschuldigung. Es geht doch erst mal darum, dass wir eine Planung machen. Und neu ist, dass wir die Planungskosten vom Bund jetzt auch schon den Ländern, den Kreisen, den Kommunen erstatten. Das war sonst immer erst in der Bauphase, wo diese Kosten erstattet wurden. Deswegen ist jetzt auch ein Impuls gegeben, fangt an zu planen, und dann kann es losgehen. Zurzeit haben wir vor zwei Wochen gab es bereits 81 Projekte, die auf Bundesebene angemeldet worden sind für Radschnellwege. Das ist ein Volumen 800 Millionen. Meine persönliche Einschätzung ist, dass wir im nächsten Jahr mindestens 100 bis 150 Projekte in Deutschland erleben werden, mit einem Volumen von mindestens einer Milliarde. Das wird nicht alles in einem Jahr gebaut werden können, aber es wird letzten Endes den Weg zeigen, den wir auch finanziell gehen werden. Wir werden also in diesem Bereich mehr fördern müssen, und das ist auch gut so. Denn der zusätzliche Verkehr, den wir in den Städten jetzt bemerken, im Bereich Auto als auch Lkw, wenn wir diesen zusätzlichen Verkehr, der kommen wird, auf das Rad bringen, werden unsere Städte weiterhin einen Verkehrsfluss haben. Und nicht wie in anderen Metropolen dieser Welt, nämlich Sao Paulo, Rio de Janeiro, da steht der Verkehr. Und in Deutschland haben wir eigentlich ein gutes System, das ÖPNV, ein gutes Autobahnsystem, Schienensystem. Aber jetzt geht es darum, ein Fahrradsystem da noch intelligent zu integrieren. Wenn wir also die Bündelung von Verkehren und die Beschleunigung von Radverkehren hinbekommen, dann profitieren alle Verkehrsteilnehmer. Wir brauchen also intelligente Verkehrsverlagerung, und da spielt das Rad eine große Nummer. Schon heute nutzen 45 Prozent aller Arbeitnehmer Multimodalität. Und die Bundesregierung hat den nationalen Radverkehrsplan 2020 genutzt, um hier auch speziell den Radverkehr zu fördern. Wir haben viel erreicht. Wir haben jetzt Mittel aus der Städtebauförderung auch genutzt, um anteilig Radverkehrsinfrastruktur zu finanzieren. Der Beitrag zum Klimaschutz ist unbestritten. Und das Parlament hat auch nach Zeiten der Krise, der Finanzkrise, die Mittel für Radverkehr wieder erhöht. Inzwischen haben wir 130 Millionen, unter Zeiten der Grünen waren es mal 100 Millionen, jetzt sind wir bei 130 Millionen für Radverkehr als Parlament beschlossen. Diese 130 Millionen, da stehen 98 Millionen von zur Verfügung für Radwegebau an Bundesstraßen. 1,3 Millionen, das war mal ein Projekt, das man mit 5 Millionen anfing, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zur Ertüchtigung von Betriebswegen an Bundeswasserstraßen. Das ist mehr touristisch. Aber wir sehen, wie schwierig das ist, obwohl wir Geld zur Verfügung stellen, die Verwaltung, die Bundeswasserstraßenverwaltung und die Kommunen dazu zu bringen, dieses Geld zu nutzen und Betriebswege dann auch in Fahrradwege umzuwidmen. Hier stehen wir weiter dazu und müssen weitere Anstrengungen unternehmen, dass das auch abgerufen wird, das Geld. Wir haben weitere Mittel von 3,7 Millionen aus dem Topf der Städtebauförderung genommen und wir haben als Schaufenster Elektromobilität bei dem Projekt E-Radschnellweg 485.000 Euro zur Führung gestellt. Das heißt, die Haushälter haben sich intensiv mit allen kleinen Facetten im Radverkehr schon beschäftigen dürfen und auch unseren Wünschen Rechnung getragen. Meine Damen und Herren, die Grünen haben viele Dinge auf den Weg gebracht. Sie haben viele Dinge hier angesprochen. Ich danke dafür. In Schleswig-Holstein arbeiten wir jetzt zusammen, Herr Gastel. In Schleswig-Holstein ist in den letzten Jahren nicht viel im Radverkehr gelaufen. Kann man sagen, war ein anderer Verkehrsminister. Insofern freue ich mich auf die neue Zusammenarbeit. Und gucken wir mal, ob wir Impulse vom Bund auf die Länder auch wirklich durchreichen können. Wie das nun in Baden-Württemberg ist, das können Sie selbst viel besser beurteilen. Ich freue mich jedenfalls in der nächsten Legislaturperiode darauf, dass wir hier noch mehr Gas geben können. Denn Radverkehr ist wichtig. Und wenn wir alle dazu einstehen und Radverkehr nicht schlecht machen, sondern sagen, jawohl, auch dieser Bundesverkehrsminister hat Radverkehr gefördert, dann sind wir auf einem guten Weg. Herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit. Und es gibt noch viel zu tun. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Gero Stur-Johann. Nächste Rednerin, Dr. Birgit Mal-Lecher-Nissen für die SPD-Fraktion. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.